Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video zeige ich euch ein paar Just Girly Things und meine Meinung dazu. Viel Spaß! Ich bin verliebt in der Fah- Ich bin verliebt in der Fah- Ich bin verliebt in der Fah- So Leute, das war es wieder mit meinem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Hier links und rechts könnt ihr ein weiteres Video schauen. Und natürlich nicht vergessen abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir, dass ihr vielleicht noch einen zweiten Teil wollt. Und ich mache euch ein. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.